Es ist eine Auseinandersetzung, was die Kunsthäuser für Emissionen verursachen. Und da muss ich sagen, das Kunsthaus Sursee verursacht gar keine Emissionen. Es ist nicht mal eine Beleuchtung. Es regnet rein und so weiter. Es ist wirklich ein ökologisches Wunder und es ist natürlich nicht weit weg von unserem Hauptprojekt von KKLB in Bärumünster, das ja seit Anfang den nationalen Umweltpreis bekommen hat für seine Leistung, aus der Kühlung eine Heizung zu machen mit diesen vielen Solaranlagen. Wir sind ja quasi am Tag in der Energie. Und wenn ich diese Kunsthäuser dann international anschaue, was die verursachen. Für Energie, das ist das, was wir schon lange kritisieren, aber es ist einfach, hier sind Fakten ein bisschen zu sehen. Da muss man ein echt schlechtes Gewissen haben, wenn man Kunst zeigt in dieser Art, wie das ein Teil der Häuser machen. Und wenn man sich die Kühlung schre gjent, From der Rahmen der Kühlung zu machen, von der Kühlung.